Remini. Vor dem Ortsschild, das einzige, was von diesem Badeort noch übrig geblieben war, hielten wir, weil der Fahrer wieder einmal nach dem Weg fragen musste. Dann ging es weiter, vom Meer weg, landeinwärts. Inzwischen war es längst Nacht geworden. Wir rumpelten entlang einem schier endlosen Stacheldrahtzaun in grellem Scheinwerferlicht mit Wachtürmern alle 100 Meter. Wir starten hinaus. Gut, dass wir da nicht hin müssen, meinte jemand sarkastisch. Er hat dann noch nicht ausgesprochen, als unser Lastwagen seine Fahrt verlangsamte. Es goss dermaßen, dass der Regen gegen die Scheinwerfer eine regelrechte Wasserwand aus Licht bildete. Wir passierten ein Tor im Drahtverhau mit der Überschrift CAGE 3RNT. Ein CAGE ist auf Deutsch ein Käfig, der englische Fachausdruck für ein Gefangenenlager. Naja, das konnte ja nett werden. Der Lastwagen fuhr ein und hielt. Wir sprangen heraus. Bis zur Rezeption, wenn man so sagen kann, unseres neuen Hotels, waren es nur ein paar Schritte. Trotzdem waren wir bereits bis auf die Haut durchnässt, als wir eintraten. Dafür war der Empfang, den uns ein Feldwebel bereitete, umso herzlicher. Alles abgeben, wurden wir angeschnallt. Messer, Rasierzeug, Streichhölzer, Feuer, Tabakwaren, alles weg. Wir gehorchten wie in Trance. Alles wurde eingesammelt und verschwand in einem großen Sack. Auf nimmerwiedersehen, wie es sich herausstellte. Und jetzt ab ins Zelt, immer mehr nach. Jetzt wurde es einigen von uns zu dumm. Wir wollen erst was zu essen. Wir haben seit gestern nur eine Tasse Suppe bekommen. Der Feldwebel zeigte sich tief beeindruckt. Aber natürlich, meine Herren, der Ober kommt gleich. Was darf es denn sein? Rumpsteak vielleicht mit Pommes frites, Käse, vielleicht etwas Schokoladeneis? Und außerdem haben wir noch keine Decken, murrte jemand. Da wurde es dem Feldwebelnden doch zu viel. Jetzt um zehn Uhr abends noch Decken zu verlangen? Das wäre doch eine Unverschämtheit. Das wäre doch kein Hotel hier. Und überhaupt, jetzt aber ab und ins Zelt. Wir folgten ihm in totaler Finsternis durch die Pfützen zwischen schemenhaft erkennbaren Zeltreihen, bis wir endlich vor dem uns zugewiesenen Zelt ankamen, wo unser Portier sich mit einem gespielten freundlichen »Gute Nacht, meine Herren« von uns verabschiedete. Wir wischten uns den Regen aus dem Gesicht und sahen uns um, soweit man in der Dunkelheit etwas sehen konnte. Es erwies sich, dass das Zelt an mehreren Stellen undicht war. Man fand auch ohne zu sehen schnell die Stellen, wo einem der Regen auf den Kopf tropfte. Und das Gleiche galt natürlich für die Pfützen auf dem Boden, nackte Erde ohne irgendeine Auflage. Was blieb uns übrig, als uns hinzulegen, in Löffelform aneinander geschmiegt, um zu versuchen zu schlafen. Und wenn wir auf einer Seite schön durchweicht waren, dann rief jemand »Rrrrrr« und alle Löffel drehten sich auf die andere Seite. Kein Wunder, dass ich genau wie die anderen keinen Schlaf fand in dieser Nacht. In Gedanken versuchte ich, mich einzustellen auf die neue Situation, die bizarren Seiten des Erlebnisses zu sehen. Außerdem, die Engländer waren die Sieger. Hunderttausende litten in Lagern. Man durfte sich nicht wundern, wenn man von einem Feldwebel wie ein Stück Mist behandelt wurde. Die Sache hatte nur einen Haken. Der Feldwebel, der uns so ekelhaft zugesetzt hatte, war nämlich ein Deutscher, der unter den Engländern Dienst tat. Die Nacht schien endlos. Dabei war sie nur kurz, denn eine aufmerksame Lagerleitung sorgte dafür, dass bereits um 5.30 Uhr zum Appell geblasen wurde. In der Dunkelheit war es unmöglich abzuschätzen, wie viele Tausende von Gefangenen da zum Abzählen antraten. Allein in unserer Abteilung waren es mehrere hundert. So warteten wir, hungrig, durchnässt, übernächtig und frierend, fast eine Stunde in der Kälte, während der Wind immer neue Regenschauer aus den Bergen von San Marino auf uns herunterjagte. Bis endlich ein deutscher Unteroffizier des Weges kam und nach gewaltigem Schreien und Zählen feststellte, dass niemand fehlte. Erst dann kam der große Höhepunkt des Appells, in Gestalt eines britischen Sergenten, der strohtrocken in eine lange Lammfelljacke gehüllt, aus einer Nissenhütte trat, die in strammer Haltung mit schnarrender Stimme vorgetragene Meldung entgegennahm, um dann nach einem lässigen Kopfnicken wieder in seiner Hütte zu verschwinden. Er wusste ja, auf sein deutsches Personal konnte er sich verlassen. Nachdem somit alles in bester Ordnung war, konnte der zwanglose Teil beginnen, das Frühstück. In langen Reihen stand man nun vor der Feldküche an. Bis man drankam, war die undefinierbare Lorche längst kalt, aber sie half wenigstens die Verpflegung, zwei Scheiben Brot und ein Kornbeef-ähnliches Fleisch aus der Dose, Spam genannt, herunterzuschwemmen. Mittags und abends war es nicht viel anders. Die Zeit dazwischen war ausgefüllt mit Kämpfen um Decken, mit Versuchen, den Zeltboden einigermaßen trocken zu bekommen, die Zeltplanen so abzudichten, dass man wenigstens einigermaßen vor dem ärgsten Regen geschützt war. Und so verging eine Woche. Ich hatte eigentlich, um wieder Dante zu zitieren, jede Hoffnung verloren, aus diesem Inferno wieder herauszukommen. Und da kam plötzlich ein Läufer durch die Zeltstraße gerannt und rief die Gefangenennummer 333. Ich beachtete ihn gar nicht, bis jemand mich anschließt und sagte, 333, Mensch, das bist doch du. Tatsächlich, das stimmte. Was war jetzt wieder los? Ich folgte dem Mann. Er brachte mich zum britischen Verwaltungstrakt und lieferte mich vor einer Nissenhütte ab. Ich trat ein. Der Raum war geheizt und strahlte eine unsäglich wohlige Wärme aus. Ein Sergeant stand von seinem Schreibtisch auf und kam mir entgegen. Sie sind Nummer 333? Ich nickte. Er führte mich in den angrenzenden Raum, wo ein Offizier mich erwartete. Ein blonder, lebhafter Mann, Anfang 30 vielleicht. Auf seinem Schreibtisch stand sein Name, Captain Harry Gregson. Setzen Sie sich, sagte er vergnügt. Was trinken Sie? Ich war so verdutzt, dass ich einen Moment die Antwort schuldig blieb. Gin and Lime oder wollen Sie ein Whisky? Ja, gerne ein Whisky, erwiderte ich zögernd. Der Sergeant brachte die Drinks und Captain Gregson hob sein Glas. Cheers and welcome to K3R&T. Zum Wohl. Cheers, erwiderte ich und nahm einen Schluck, der mir die Kehle zu verbrennen drohte. Übrigens, was bedeutet eigentlich die Abkürzung RNT? Ja, das steht für Recalcitrant, Nationals and Transits, sagte der Captain. Das deutsche Wort für Recalcitrant ist ungefähr widerspenstig. Der Himmel mochte wissen, was darunter zu verstehen war. Nationals bedeutet so viel wie Leute, die wegen ihrer Nationalität festgehalten wurden. Vermutlich waren damit gewisse jugoslawische Volksgruppen gemeint, die in Jugoslawien als Anhänger von General Mihailovic sich gegen Tito gewandt hatten. Und Transits, das waren natürlich Leute, die nur vorübergehend im Lager blieben. Sagte ich, ich hoffe, ich bin ein Transit. Captain Gregson lachte. Ja, das kann ich Ihnen nachfühlen. Aber machen Sie sich keine Sorgen, ich habe Ihr Dossier bereits studiert, Sie kommen bald weg von hier. Ich warte nur noch auf Nachricht vom Hauptquartier in Caserta. Hm, das klang ja gut. So gut, dass ich gleich noch einen Schluck nahm. Mein Dossier lag auf dem Tisch. Der Brief aus San Vittore an den FSS lag jetzt nicht mehr zuoberst, stellte ich fest. Ein weiteres Schreiben war darüber. War da etwa der Colonel, der oberst tätig gewesen, der das Bommot von den Bedroom-Eyes in San Vittore geprägt hatte? Captain Gregson blätterte in der Akte. Er schien sie tatsächlich gelesen zu haben, schlug eine Seite auf und bemerkte, ähm, ich sehe, dass Sie haben bei der United Press in Berlin gearbeitet. Ja, das stimmt. Großartig, rief er. Ich war bei der UP in London. Kannten Sie Ed B.? Natürlich. Ed B. war ein großer, rotblonder Ihre, der für United Press über den Krieg in Abyschinen berichtete. Wie geht es ihm? fragte ich. Ich habe lange nichts von ihm gehört. He died. Er ist gestorben. Oh? Und nach einigem Nachdenken fügte er hinzu, he probably fucked himself to death. Wahrscheinlich hat er sich zu Tode ge... Das kann schon sein, entgegnete ich. Er hatte ja sehr viel übrig für das schöne Geschlecht. Es war wirklich die bisher bizarrste Situation in der beachtlichen Reihe von Wechselduschen, die ich seit Verlassen der Schweiz mit den Engländern erlebt hatte. Draußen vor dem Fenster schoben sich in diesem Augenblick blasse, ausgemergelte Männer mit hochgeschlagenen Krägen, die Hände in den Taschen ihrer zerschlissenen Militärmäntel vergraben, missmutig durch den wieder einmal strömenden Regen. Ein absolut grotesker Kontrast zu diesem warmen, behaglichen Raum, zu der leichten Konversation, die darin im Augenblick geführt wurde. Der Whisky, inzwischen waren wir beim zweiten angelangt, hat das seinige, um diesen unwirklichen Zustand noch zu vertiefen. Ich war nie ein guter Trinker gewesen, aber jetzt in meinem ausgehungerten Zustand begann der Alkohol von mir auf eine ungewollte Art Besitz zu ergreifen. Ich war froh, als Captain Gregson mich sozusagen abschließend fragte, ob er noch etwas für mich tun könne. Die Antwort war nicht schwer, denn es gab nur eine Möglichkeit, den Aufenthalt erträglicher zu machen. I would like to work. Ich möchte arbeiten hier, mich nützlich machen. Captain Gregson nahm das Feldtelefon und bestellte den für die Lagerhaupteinfahr zuständigen Sergeant Major, den Hauptfeldwebel, der nach ein paar Minuten hereinkam. Ich will euch bekannt machen, sagte er. Das ist Sergeant Clark, Nobby Clark. Und das, er warnte sich mir zu, das ist, er schaute auf die Akte und dann wieder auf mich, das ist Wolf. Er hielt inne und beide lachten. Ich verstand nicht, warum. Wir können sie unmöglich Wolf nennen, meinte Gregson. Und Sergeant Clark schlug den Spitznamen Slim vor, weil ich ohnehin so slim war, das heißt dünn, mager und schlank. Und erst später erfuhr ich dann den Grund für die Heiterkeit. Ein Wolf ist auf Englisch ein Mensch, der gerne schöne Mädchen verspeist. Aber dafür gab es im K3R&T leider auch nicht die geringste Gelegenheit. Wir marschierten also los, Nobby Clark und ich, und bald wurde ich in die verantwortungsvolle Aufgabe eingeweiht, die meiner harte. Ein- und ausfahrende Fahrzeuge mit Nummer und Uhrzeit auf einer Kladde zu notieren. Die Haupteinfahrt war nicht eigentlich ein Teil der Absperrung des Lagers. Hier begann oder endete vielmehr der von den Engländern verwaltete Teil. Die eigentlichen Absperrungen, Stacheldrahtzäune, Wachtürme, Scheinwerfer und so weiter, die etwas weiter draußen lagen. Sie waren von Soldaten der polnischen Armee, die von Nordafrika bis Italien mit den Engländern gekämpft hatten, besetzt. Wehe denen, die einen Fluchtversuch unternahmen. Die Polen pflegten hart, mit ihnen umzugehen. Von nun an verging die Zeit schneller. Das Leben war natürlich angenehmer. Die Arbeit machte Spaß. Nobby und die Soldaten unter ihm waren freundliche Leute, mit denen ich mich gut verstand. Ich aß mit den Engländern und zweimal am Tage kam die NAFI, eine Art von Soldatenwohlfahrt, mit Tee, Keksen, Zigaretten und Tabak. Mein Wunsch war freilich, etwas für meine Leidensgenossen tun zu können, vor allem für die Kameraden von San Vitore, die jetzt hier waren. Der Wunsch sollte in Erfüllung gehen. Eines Nachmittags nahm mich Nobby Clark beiseite. Pass auf, Schlemmen, heute Abend ist ein großer NAFI-Ball in Remini. Wir gehen alle hin und lassen dich allein hier. Es wird so gut wie nichts los sein. Du brauchst nur, wie immer, die Nummern und Zeiten von ankommenden und abgehenden Fahrzeugen zu notieren. Draußen sind ja die Polen und passen auf. Und wenn wirklich etwas los sein sollte, hier ist unsere Telefonnummer und hier die Nummer von Captain Gregson. Kurz nach 20 Uhr fuhr sie alle los. Ich trug Fahrzeugnummer und Abfahrtszeit in meine Liste ein und verzog mich in die Nüssenhütte. Der Abend verlief, wie Nobby Clark vorausgesagt hatte, vollkommen ruhig. Niemand kam, niemand ging. Und gegen halb elf Uhr legte ich mich auf meinem Feldbett im hinteren Raum zum Schlafen. Und plötzlich, gegen drei Uhr morgens etwa, wurde ich von einer festen Männerhand an der Schulter wachgerüttelt. Total verschlafen blickte ich im Licht einer Taschenlampe in das gerötete, regennasse Gesicht eines englischen Soldaten. Driver Atkins, Fahrer Atkins, meldete er sich. Und nach einem Blick auf meine Schultern fügte er vorsichtig hinzu, Sir. Ich trug damals einen Leatherjack in eine ärmellose Lederweste, die meine Rangzeichen verdeckt hätte. Dass ich solche nicht besaß, konnte er nicht ahnen. Ich richtete mich auf. Okay, was ist los? Wir sind gerade angekommen mit Nine Live Bodies mit neun lebenden Körpern aus Mailand. Live Bodies, lebende Körper, sind in der Sprache der englischen Armee Gefangene, bei deren Erhalt man quittieren muss, dass man sie in lebendem Zustand übernommen hat. In Ordnung, sagte ich, bringen Sie sie herein. Ich ging nach vorne, gerade als die neuen Körper hereingebracht wurden. Sehr lebendig sahen sie nicht mehr aus nach der langen Fahrt. Und bei längerem Hinsehen entpuppten sich die unrasierten Typen als frisch eingetroffene Leidensgenossen vom Ragio Aleato in San Vittore. Man kann sich vorstellen, was für ein Hallo das war. Die beiden Schweizer, Jean und der andere, der Deutschschweizer, waren auch dabei. Der deutsche Feldwebel, der die Neuankömmlinge in ihre Zelte einweisen musste, war derselbe Mann, der auch uns seinerzeit auf so widerwärtige Art und Weise in Empfang genommen hatte. Man sah ihm schon von Weitem an, dass er höchst ungehalten war über die Störung seiner Nachtruhe. Mit hinter dem Rücken verschränkten Armen stolzierte er von einem Gefangenen zum anderen, wobei er jedem scharf ins Gesicht blickte, als ob es das Geringste zu sehen gäbe, außer Müdigkeit, Misswut und Hunger. Alles abgeben, Feuerzeug, Rasierzeug, Tabakwaren, ein bisschen Dali, wenn ich bitten darf. Aber diesmal kam er nicht weit mit seinem Auftritt, denn ich trat vor ihn. Hier gibt keiner etwas ab. Steckt eure Sachen wieder ein. Hier befehle ich, beschwerte sich der Spieß. Sie irren, erwiderte ich zurück. Er sah mich herausfordernd an, aber er war doch deutlich schon eine Nummer kleiner. Ich werde mich über sie beschweren, drohte er. Oder ich mich über sie. Und vergessen Sie nicht, diese Herren mit Decken zu versorgen. Jetzt um die Zeit? Jetzt um die Zeit. Und sagen Sie nicht, das geht nicht. Sie wissen nämlich ganz genau, wo der Schlüssel zum Deckenlager ist. Der Spieß sah mich halb wütend, halb unsicher an und verschwand an der Spitze seines Häufleins aus San Vitore. Und als wir wieder allein waren, überreichte mir der Fahrer ein dickes, versiegeltes Kuvert mit der üblichen Balkenaufschrift On His Majesty's Service, im Dienste seiner Majestät. Die Dossiers wahrscheinlich. Sie müssen noch unterschreiben, Sir. So bestätigte ich denn im Dienste seiner Majestät des Königs von England, Schottland und Wales den ordnungsgemäßen Empfang von neun lebenden Körpern. Es traf sich gut, dass tags darauf der Kommandant von KH3R&T, Colonel Martin, Oberst Martin, holen ließ, um ihn bei einer Inspektion des Lagers als Dolmetsch zu begleiten. Ich konnte ihn so auf den schlechten Zustand mancher Zelte und einige andere Missstände aufmerksam machen. Er gab auch sofort entsprechende Anweisungen an seine englische Begleitung. Ich sagte dem Colonel auch, wie sehr mich das Benehmen des deutschen Feldwebels schockiert hatte, der sich in einem Gefangenenlager gebärdete, wie auf einem Kasernenhof. Colonel Martin hörte schweigend zu. Und nach einer Pause bemerkte er nur, The Germans are either at your throat or at your heels. Die Deutschen liegen einem entweder an der Gurgel oder zu Füßen. Ein Ausspruch, der es wert ist, darüber nachzudenken. Inzwischen war es Dezember 1945 geworden, aber meine erhoffte Freilassung ließ immer noch auf sich warten. Im Gegenteil, wieder einmal wartete ein Armeelastwagen und wieder einmal ging die Reise zusammen mit einem halben Dutzend Gefangener zum internierten Lager von Terni in den Nabruzzen auf der Straße von der Hadria nach Rom. Gerade als ich mich von Nobby Clark und seinen Mannen verabschiedete, verließ eine Erbulanz mit den beiden Schweizern das Lager. Sie hatten, so erfuhr ich, in der Nacht einen Ausburgsversuch unternommen und waren von den polnischen Bewachern krankenhausreif geschlagen worden. Sie sahen schlimm aus, meinte Sergeant Clark. Nach einigen Stunden Fahrt tauchte Terni auf. Das Lager war, soweit man erkennen konnte, in den ausgeräumten Lagerhallen einer stillgelegten Fabrik untergebracht. Auch in den Kellern waren Lagerräume ideal geeignet als Gefängniszellen, in denen wir die ersten paar Tage verbrachten. Aber die Räume waren hell und blitzsauber, das Essen viel besser als in Rimini. Und wieder einmal wurde schließlich meine Nummer gerufen. Diesmal brachte mich der Läufer direkt zum Lagerkommandanten, Colonel Chad. Der Oberst saß für einem lodernden Feuer an einem Kamin, der so groß war, dass ein Jeep fast darin Platz gehabt hätte. Mit seinem von frischer Luft und vielleicht auch Liebe für Rotwein geröteten Gesicht sah er aus wie der typische Country Square, wie ein englischer Landedelmann. Er schien von Rimini her bestens informiert worden zu sein. Dies meinte er sein und wirklich meine letzte Station vor der Freilassung. Und auch Arbeit gäbe es hier für mich, und zwar im Lebensmittellager. Und damit stand er auf, entnahm einer Schublade eine Armbinde und trat vor mich hin. Das Lager, in dem Sie arbeiten, ist außerhalb des Stacheldrahtzaunes, informierte er mich fast feierlich. Ich war gespannt, was jetzt wohl kommen würde. Der Colonel nahm die Binde und stülpte sie über meinen linken Jackenärmel. Auf der Binde stand ein großes P. Sie sind on parole. Sie dürfen sich damit außerhalb des Lagers bewegen und sich versprechen, nicht zu flüchten. Er reichte mir die Hand. Mir war, als würde mir im Buckingham-Palast in London der Hosenbandorben verliehen. Wir tranken einen Sherry und während wir auf den Mann mit dem komplizierten Dienstgrad Regimental Quotamaster Sergeant, kurz RQMS, nämlich Hauptfeldwebel, warteten, den Verpflegungsfeldwebel also, bei dem ich arbeiten sollte. In der Jeep-Garage hinter dem Oberst da krachten mit stiebenden Funken die Holzscheite. Die Flammen warfen Lichter und Schatten auf Wände und Möbel. Draußen vor den Fenstern fiel leise der Schnee in den Bergen des Apenninen. Das Lager Terni wurde wirklich zunehmend sympathischer. Der Empfang im Verpflegungslager war zuerst allerdings eher unfreundlich. Zwei RQMS-Sergeants waren dafür zuständig. Beide waren übrigens im Zivilleben städtische Autobusfahrer, der eine in London, der andere in Edinburgh. Können Sie überhaupt Tee kochen? fragte der Schotte misstrauisch, offensichtlich überzeugt, dass man einem Deutschen eine so heilige Handlung nicht anvertrauen könnte. In diesem kritischen Augenblick fiel mir zum Glück die passende Antwort ein. Aus dem damals weltbekannten Film »Der Musterdiener« mit dem berühmten Schauspieler Charles Lothen in der Titelrolle zitierte ich den Ausspruch Lothens, als er seinem Lord den Tee zubereitete. Nämlich »Never take the kettle to the pot. Always take the pot to the kettle.« »Trage niemals den Kessel zum Topf, sondern immer den Topf zum Kessel«. Womit gemeint ist, dass nur Letzteres garantiert, dass der Tee mit absolut kochendem Wasser aufgegossen wird, die Voraussetzung natürlich für wirklich guten Tee. Mein Zitat wirkte Wunder. Beide Sargenten hoben den Blick erstaunt und anerkennend zugleich. »That's the spirit, Slim.« »So ist's richtig, Slim.« »Aha«, dachte ich bei dieser Anrede. Das Busch-Telefon zwischen Rimini und Terni hatte also bereits funktioniert. Von nun an bestand meine Aufgabe darin, für meine beiden Feldwebel zweimal am Tage Tee zu kochen. Die übrige Zeit verbrachte ich damit, mit einem Fahrrad durch die Korridore und Lagerräume im Souterrain zu fahren. Und wenn ich eine Runde geschafft hatte, ohne mit den Füßen den Boden zu berühren, was gar nicht so einfach war, dann genehmigte ich mir einen Happen aus einer Dose des Kornbeef-ähnlichen Spam. Der Nachholbedarf, wie man sich denken kann, war groß nach den Monaten in San Vittore und in Rimini. Das Jahr ging zu Ende. Am Neujahrsmorgen begegnete ich dem Colonel Chad, der gerade aus der Offiziersmesse kam. Und ich sagte höflich, »Ein gutes neues Jahr für Sie, Sir. Very happy new year to you!« Er blieb stehen und sah mich zunächst etwas abwesend an. »Na nun«, dachte ich, schwankte er etwas? »Happy new year to you, too«, sagte er, und entfernte sich unsicheren Schrittes. Kein Zweifel, die gesunde Röte in seinem Gesicht stammte nicht nur von der frischen Luft. Die Zeit in Terni verlief friedlich und ohne wesentliche Ereignisse, mit zwei unvergesslichen Ausnahmen. Da war einmal ein geplantes Sprengstoffattentat im Lager, das gerade noch rechtzeitig vereiselt werden konnte. Und dann das Erlebnis mit der sogenannten kleinen Ambulanz. Eines Tages herrschte große Aufregung. Bei einer Routinekontrolle hatte man im Spital eines Deutschen Sprengstoff gefunden. Alarm! Alle Zugänge zu den Wohnblöcken waren mit Doppelposten besetzt. Jedes Bett, jeder Schrank, jede Schublade wurde von Wachen durchkämmt. Die Bewohner der Räume standen mit erhobenen Händen von Soldaten mit entsicherten Maschinenpistolen. Ich kam gerade dazu, wie der konfiszierte Sprengstoff unter großen Vorsichtsmaßnahmen auf einem Tisch der Lagerwache ausgebreitet wurde. Und davor stand mit blassem Gesicht in Handschellen der Deutsche, in dessen Besitz man das Dynamit gefunden hatte. Um ihn herum eine Gruppe von englischen Offizieren und Sprengstoffexperten. Zu den Offizieren des Lagers gehörte auch ein Major mit einem russischen Namen, offensichtlich russischer Abstammung. Ein großer Reiter- und Pferdefreund, ein Mann, der durch sein schrulliges Wesen immer wieder auffiel. Ein Verrückter im sympathischen Sinne, könnte man sagen. Nun ging er nach vorne zum Tisch, nahm unter atemlosem Schweigen der Umstehenden ein Stück des Sprengstoffs, hielt ihn unter seine gewaltige Nase, schnupperte und rief grinsend, Aha! Meta! Trockenspiritus! Niemand wagte ihm zu widersprechen, als er ein brennendes Streichholz an die kleinen weißen Blöcke hielt. Und alles, was passierte, war ein zartes, blaues Flämmchen. Ein Aufatmen ging durch den Raum, der Alarm wurde abgeblasen. Soviel zum Sprengstoffattentat. Nicht minder bedeutsam, jedenfalls für mich, war das Erlebnis mit der sogenannten kleinen Ambulanz. Dieses altertümliche Vehikel stand einsam, vergammelt und ungeliebt in einer Ecke des Hofes vor unseren Lagerräumen. Es besaß noch keinen Anlasser, man musste es vielmehr mit der Hand ankurbeln, wobei es so tückisch zurückzuschlagen pflegte, dass sich seit Monaten niemand mehr daran wagte. Lass ja die Hände von der kleinen Ambulanz, schlimm, warnten mich die Soldaten. Ein paar von uns haben sich da schon den Arm verstaucht. Jetzt reißte mich die Geschichte natürlich erst recht. Ich setzte die Kurbel an und riss sie hoch. Und wirklich, das Biest schlug so zurück, dass ich fast umfiel. Das wollte ich ihm aber abgewöhnen. Ich holte also Werkzeug und drehte den Verteiler, der viel zu viel auf Frühzündung stand, in Richtung auf Spät, bis der Funke nach dem oberen Todpunkt des Kolbens zündete. Inzwischen hatten sich meine beiden Feldwebel und eine Handvoll Soldaten eingefunden, um in diesem ungleichen Kampf zwischen Mensch und Maschine Zeugen meiner Niederlage zu werden. Ich setzte die Kurbel wieder an, ein Ruck, und sanft bullern setzte sich der Motor in Bewegung. Ein zustimmendes Murmeln ging durch die Umstehenden. Meine einzige Dienstreise mit der kleinen Ambulanz war zu einem italienischen Arzt in Terni. Die Passagiere, mit denen ich mich durch die winzigen, steilen Gästchen heraufquälte, waren ein englischer Soldat und seine italienische Verlobte. Für die Heirat brauchte die Braut, so schien es, ein Attest von einem Amtsarzt. Als sie wieder herauskamen, machte der Soldat mit gespreizten Fingern das V-Zeichen für Sieg und Erfolg. Die Braut schwenkte glücklich ein Formular. Sie war free from infectious diseases, frei von ansteckenden Krankheiten. Das Lager verfügte über zwei Krankenwagen. Neben der so verkannten kleinen gab es noch die große Ambulanz. Das war ein hochmodernes Fahrzeug mit Platz für vier Kranke oder Verwundete. Ermutigt durch den Erfolg mit der kleinen war mein ganzes Sinn und Trachten nun darauf gerichtet, die große Ambulanz fahren zu dürfen. Aber dazu bedurfte es der Genehmigung des Kommandeurs. Die große Ambulanz fuhr nämlich öfter nach Rom, um Patienten in das dortige Militärhospital zu bringen und nur Colonel Chad, nur der Oberst, konnte erlauben, dass ich mich mit meiner Parole armbinde in der Città Eterna der ewigen Stadt Rom zeigte. Also schrieb ich mit Hilfe meiner Feldwebel ein entsprechendes Gesuch. Es war eine schwere Geburt. »Ah, wie soll ich denn anfangen?« fragte ich. »Ist der Sir die richtige Anrede?« »Um Gottes Willen, Slim, Sir, musst du schreiben.« So kämpften wir uns Satz für Satz durch den Text, vor dessen korrektem Stil und Inhalt zu viel abhing. Wir kamen zum Schluss. »Und zum Schluss, Sir, you sincerely, hochachtungsvoll?« schlug ich für die Unterschrift vor. »Slim, nein, nein, your obedience servant, musst du schreiben. Ihr gehorsamer Diener. Das fertige Produkt war ein Meisterwerk. Ich lasse es noch einmal. Sir, ich, der Unterzeichneter, Namen und Gefangenennummer, ersuche hiermit respektvoll um Genehmigung, die große Ambulanz, Fabrikat und Zulassungsnummer, fahren zu dürfen. Begründung. Ich habe meine Kompetenz dadurch bewiesen, dass ich die kleine Ambulanz, Fabrikat und Zulassungsnummer, so in Gang gebracht habe, dass sie beim Ankurbeln nicht mehr zurückschlägt. »Ich bin Sir, glauben Sie mir, Ihr gehorsamer Diener.« Name, Nummer und Unterschrift. Die Feldwebeln nickten beifällig. »Ja, so war es richtig. Very good indeed, Slim. Very good.« So würde es der Alte, nämlich der Chef, sicher genehmigen. Voller Hoffnung setzte ich mich an die Schreibmaschine, um den Entwurf abzutippen. Aber ich kam nicht weit, denn plötzlich kam ein Läufer hereingestürzt und rief atemlos, »Slimm, sofort zum Kommandeur, schnell, schnell!« »Was mochte jetzt wieder los sein?« dachte ich. »War das das Ende meines Traumes von der großen Ambulanz?« Gewaltige Dinge schienen im Gang zu sein. Im Verwaltungstrakt, den ich auf dem Wege zum Kommandeur passieren musste, hingen die Sergenten aus den Fenstern und riefen mir zu. »Yes, es ist um dich geschehen, Simm. Du warst als Engländer beim Deutschen Radio in Berlin. Du bist ein Verräter. In Rom wartet schon das Flugzeug. Du kommst nach London ins Old Bailey-Gefängnis und wirst gehängt.« Atemlos kam ich im Vorzimmer des Kommandeurs an. »Sollen wir ihm gleich Handschellen anlegen?« fragte der Feldwebel den Wachoffizier. »Nein, warten Sie noch, bis der Alte, nämlich der Chef, ihn gesehen hat.« Colonel Chad saß an seinem Schreibtisch vor dem Kamin, als ich eintrat. »Setzen Sie sich. Ich habe Post für Sie.« Er schob ein Signal, einen Funkbefehl vom alliierten Hauptquartier in Caserta bei Neapel über den Tisch. Ich las. Meine sofortige und bedingungslose Freilassung wurde damit angeordnet. »Du lieber Himmel,« dachte ich im ersten Augenblick, »jetzt wird's doch nichts mit der großen Abulanz.« Und erst dann begriff ich, was dieser Befehl wirklich bedeutete. Und für einen Augenblick fiel es mir schwer, die Fassung zu bewahren. Der Colonel wandte sich diskret ab und machte sich umständlich, am Kaminfeuer zu schaffen. Schließlich reichte er mir die Hand. »Sie sind ein freier Mann.« »Wohin wollen Sie gehen?« »Ich glaube, ich sollte nach Deutschland,« erwiderte ich zögernd. »Ich weiß nicht,« antwortete er. »Glauben Sie nicht, dass das zu früh ist? Viel zu früh. Dort oben geht alles drunter und drüber. Ich würde an Ihrer Stelle noch etwas in Italien bleiben. In Rom finden Sie bestimmt Arbeit bei einer internationalen Organisation.« »Ich weiß nicht,« erwiderte ich, »ich weiß nicht, ob ich meine Freunde dort noch antreffe. Es ist zu viel geschehen in den letzten zweieinhalb Jahren.« »Machen Sie sich keine Sorgen. Ich gebe Ihnen ein Empfehlungsschreiben mit. Sie können sofort fahren, wenn Sie wollen. Mein Auto steht zu Ihrer Verfügung.« Er stand auf. »Übrigens, die Sargenten wollen eine Abschiedsparty für Sie geben heute Abend. Vielleicht bleiben Sie doch lieber bis morgen früh.« Ich dankte und zog mich zurück. »Schauen Sie einen Sprung in der Offiziersmesse noch vorbei,« rief er mir nach. Die acht Unteroffiziere des Lagers wohnten in vier Kammern für je zwei Männer. In jedem Raum lagen auf einem Tischchen Abschiedsgeschenke, Zigaretten, Pfeifendabak, Whisky. Und da der Obligate Gin and Lime überall die Runde machte, kann man sich vorstellen, in welchem Zustand ich schließlich das letzte der vier Zimmer verließ. Ich muss dann in der Tat noch in der Offiziersmesse vorbeigeschaut haben, denn unvergesslich blieb mir eine bildhübsche Militärärztin, die zusammen mit anderen Offizieren an der Bar saß. Von da an versiegte mein Gedächtnis. Erinnern kann ich mich erst wieder an den folgenden Nachmittag, als ich im Fond von Colonel Chad's Auto irgendwo in den Bergen des Apennin erwachte. Mir war furchtbar schlecht. Mit schwacher Stimme bat ich den Fahrer, anzuhalten. Ich stieg aus und nachdem ich mich erleichtert hatte, war mir gleich viel besser. Ich atmete tief ein und blickte hinunter in die Ebene zu meinen Füßen. Weit hinten war im Dunst des Winternachmittags eine Stadt zu erkennen. Die Stadt, in der ich so Entscheidendes erlebt hatte und die mir in den nächsten Jahren so viel bedeuten sollte. Roma, Rom. Ich musste an König Lear denken, wo es bei Shakespeare so wunderbar heißt »The wheel has come full cycle, I am here«. Das Rad hat seinen Kreis vollendet. Ich bin da. Ich bin da. Mein Made